ARD Text im Auftrag von Funk Fuck! Oh Shit! Das war jetzt doof. Wie doof das war, ey! Oh Gott! Ey, wo ist denn jetzt hier noch? Ich hör ihn, aber ich... Ich bin verloren! Zack! Ach wohl! Was sagen wir den Propheten? Was sagen wir ihrem kleinen Mensch? Komm, gib mal! Gib her, gib her, gib her! Ja, 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 ja! Ich seh auch da schon wieder was, dass wir gleich wegquatzen können. Gehen wir schnell mal hin. Oh nein, nicht so klein. Das große Problem. Danke! Alter, was geht denn jetzt so? Boah, Shit, ey! Ich bin grad ein ganz klein wenig überfordert, wenn ich das mal sagen darf. Ja, komm, wir haben jetzt Ammonie. Ja, komm, wir haben jetzt Ammonie. Woah! Aua, aua! Boah! Ah! Ey! Oh Gott! Ich könnte jetzt mal... Bisschen Mundigerf schon fast vertragen, ey! Shit! Lass das Ding mal anruhe! Kuck mal her! Kuck mal her! Hör mal her! Hör mal her! Hör mal her! Hör mal her! Au! Alter, was geht denn nun? Kann das Viech jetzt mal bitte wieder kommen? Das wär ganz geil. Ja, 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 machen wir gleich! Machen wir gleich! Mach'n platt, ey. Aua. Gott, ey. Komm, wir haben mit der Ammo. Das ist doch gar nichts mehr. Quatsch. Geil. Ach, da ist er neu, genau. Aua, ey. Oh, die können aber auch freundlich zuhauen. Warte, nö. Was ist jetzt, oder was? Puh. Dankeschön. Suche Leveress im Buch auf. Da ist er doch. Ähm, Kind? Kind? Wo ist die hin? Ach, ein Buch. Buch ist da. Ach, ganz vorne, natürlich. Machen wir jetzt Titanic, oder was? Und, Elen, wie habe ich mich geschlagen? War doch gar nicht so schlecht, wa? Hm, ich dachte, ich kann ihn noch looten. Bucher, komm her. Was, was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Na dann. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Gucken, ob er es macht. Ach, und der Siphon ist sozusagen die komplette Apparatur, die Columbia hier oben hält, wa? Fuck, und es kommt. Die Flöte. Elisabeth! Der Vogel Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Fuck. Adafuck? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Danke, dass du los hast. Gut. Elisabeth. Ja, das tut mir leid. Sind die Energietürme? Was ist das hier? Elisabeth? Ich weiß, wo wir sind. Ein Durchgang. Du weißt auch, wo wir sind. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Erstens. Was kommst du, was du mit dem? Was kommst du über deinen Finger, sagte? Gibt es hier eine Antwort? Hier runter. Noch ein Weg. Rapture, Leute. Noch schöner als damals. Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was meinst du damit? Ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Da bin ich erst mal gespannt. Das werde ich vermutlich bereuen. Oh, sehen wir jetzt nochmal die Fahrt nach Rapture. Ein geiler oder was? Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Ja. Sehr viel plausibler als eine Stadt in der Luft. Ich frage mich aus, was die verdammten Scheiben da sind, ey. Wie viel Druck die Stand halten müssen. Und ich frage mich ja auch, haben... Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott. Wunderschön. Was, die Sterne? Ich wusste gar nicht, dass die Batisphäre das so an die Hupfer hat. Unterfahren. Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Chill mal. Ich bin gerade erst dabei, das den ganzen Scheiß zu realisieren, Kind. Beta. Okay. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich... Ich konnte ihn nur nicht sehen. Was zum Teufel? Oh, oh. Jetzt haut er mir wieder Frames raus. Mit Deutigung. Ja, ja, ja. Jetzt legt es gerade wieder ein bisschen bei mir. Tür öffnen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Was? Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Ey, was zur Hölle? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt eine Million, Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich. Mich. Columbia. Songbird. Aber manchmal... ist etwas anders. Konstante und variablen. Wie die Risse, die wir öffnen, passend einfach. Jetzt sind wir da einfach in andere Türen gegangen. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren. Landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Da drüben auch. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort. Wo es anfing. Was denn anfing? Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Bukka. Das ist schon geschehen. Guck mich bitte an, wenn ich mit ihr rede. Komm, Kind. Mach mal offensiv. Nein, ich will da lang. Aber die Game sagt, no, dude. Ich kann nicht da gehen. Ich muss ein bisschen. Ach, guck mal an. Da renne ich auch. Kann ich auch da jetzt lang gehen? Ach, das ist jetzt aber crazy. Ich checke auch nix, Eli. Ich checke auch nix. Moment mal. Das kenne ich hier. Was ist das? Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich noch wundert nie. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit sie drängt. Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilden? Deine Sünden zu tilden? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan. Nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Schlechtigkeit? Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Rammes. Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchenden Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne ein! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus! Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Alter! Es ist gerade sowas von mega Abfuck, ey. Mein Brain ist gerade so ein bisschen... Vielleicht ist es nicht durch das richtige Spiel, um es um halb zwei Uhr morgens zu spielen. Alter, das ist ja... Noch eine Tür. Weiter geht's. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein... Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Bukka, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Lassen wir jetzt mal vorbei, bitte. Affe. Dein Gesicht vibriert. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen, sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sich von ihren Sünden frei. Comstock? Comstock spricht nicht von meinen Sünden frei. Ich weiß nicht. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Bukka, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Alter, was geht denn? Was wollen wir hier? Ja, Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht. Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Ja, aber wir können doch nicht... Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Akin, das ist ja richtig. Aber das Ding ist, wenn du sagst, er ist in einer Million, Millionen Welten am Start, dann bringt es uns nichts, ihn in einer dieser Welten. Ähm, dafür zu sorgen, dass er nicht geboren wird, weil dann lebt er in den anderen Welten trotzdem weiter. Das sind doch alles nur Variable. Hey. Komm. Nein, ich spiel nicht mehr mit. Ich bin ziemlich instabil. Ich steig aus. Es geht schon. Geh' sie zurück. Es geht schon. Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen. Komm. Das ist Kroms, ey. Geh' sie mir wieder, du Schwein. Es ist vorbei, bloß. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Spinnst du sie her. Spinnst du sie her. Gib mir meine Tochter zurück. Nein. Nein. Ach, nö. Anna. Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Erzähl mir. Also ist der Spoiler, den ich ganz am Anfang bekommen habe, doch leider ein echter Spoiler. Ach, Mann, ey. Die ist fort, Bucker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance, auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Es ist bereits das Ziel funktioniert, aber funktioniert er. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrannt, um Buße zu tun? Nein. Verstehe ich nicht. Was war, das war? Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Und sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns sicher ein. Verzeigen Sie. Buca, wach auf. Buca, wach auf. Hier hat es angefangen. Ach, jetzt spielen wir das Spiel nochmal. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rausfinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schalt. Was bin ich zurückgekriegt? Ja, das war halt Eliverbils. Buca's Tochter ist. Das wurde leer. Am Anfang haben wir gespöldert. Da weiß man denn, wie weit man zurück muss. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Dann wurde mir außerdem noch das Ende von Breaking Bad gespoilt. Was ich aber zum Glück in dem Fall schon kannte. Dann wurde mir das Ende von Dexter gespoilt. Was ich noch nicht kannte, weil mir da noch genau zwei Folgen gefickt haben. Dann wurde mir Game of Thrones gespoilt. Die fünfte Staffel anscheinend. Also, ey, ich sag dir, Twitch-Chat ist echt manchmal einfach nur grausam. Und ich denke, er hat nach irgendwas wohl mir glaube ich noch gespoilt. Aber es war auf jeden Fall echt fies. Du bringst uns die Mädchen und wippst uns die Dämpfe. Das ist deine letzte Chance. Buca, bist du sicher, dass du das willst? Oh ja, das ist richtig. Irgendwas ist doch noch. Es gibt bestimmt Bier oder so. Buca, David. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Du bist... Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen. Aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Aufstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Uca DeWitt. Was? Ich bin beide. Dann verschwindet natürlich auch Elire, weil sie nicht geboren wird. Was? Alter! Was ist so mega das denn? Das raffe ich gerade nicht. Ich war Comstock und ich war Booker. Ich kann dann... Also hat Comstock nicht gelogen, als er gesagt hat, dass... ...das Elisabeth seine Tochter ist, weil... ...es ja seine Tochter war, weil er Booker DeWitt war. Aber ich verstehe... Wie kann es denn... Also bis jetzt... Ich habe es ja verstanden, dass es in jeder... ...in jedem Universum immer... ...ein gab. Also... Erste, wie ich meine, es gab halt eine Version von Elisabeth. Schöne. In jedem Universum. Aber wie kann es denn... Ich hätte mir jetzt gedacht, dass... ...dass es entweder Booker... ...oder Comstock dann in... ...dem jeweiligen Universen geben muss. Oder... Ja. Ja. Bitte. Ich brauche eine Erklärung. Ich brauche auf jeden Fall eine Erklärung, Elin. Ey, sonst komme ich hier gerade echt nicht klar. Oder hat sich... Oder hat Comstock, weil er gemerkt hat... Boah, ey, das ist ja ziemlich scheiße, wie das jetzt läuft. Hat sich selber nochmal zurückgeschickt... ...und Booker... ...sag ich mal... ...erschaffen... ...indem er sich selber einfach... ...darauf konzentriert hat... Ich... Nee, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Ich brauche echt eine Erklärung. Guck dir... ...der sagt schon alles. Bitte. Bitte erklär es mir. Ich will das Spiel nämlich wirklich gerne verstehen. Ich sehe schon, wie mir das Video jetzt auf YouTube gesperrt wird. In diesen letzten... ...in diesen letzten paar Tönen. Aber gut. Dann schneide ich als Audio raus. Wie jetzt? Du gibst mir jetzt nicht die Erklärung oder was, Elen? Ich hätte jetzt erwartet, dass du mir die Erklärung gibst. Bitte. Also eins muss man dem Spiel ja mal auf jeden Fall lassen. Es ist verdammt stilsicher gewesen, also... Es hatte die ganze Zeit halt sowas Steampunk-mäßiges, was mega gebockt hat. Und das hat sich halt komplett durchgezogen. Es war einfach nur Wett. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss man jetzt sagen. Ich habe es jetzt innerhalb von... ...drei? Drei Sessions, glaube ich. Drei Sessions habe ich es durchgezockt. Drei oder vier Sessions. Und ich bin ja auch echt überrascht über den Umfang. Weil dafür, dass es halt ein First-Person-Shooter ist. Ihh, du hast nicht die komplette Story. Muss ich es jetzt fünfmal gespielt haben? Damit ich es raffe, oder was? Oder gibt es da alternative Endings, oder was? Ja, doch. Es war schon geil. Von der Zielweise her und so. Es hat schon gebockt, keine Frage. Aber es lässt einen jetzt gerade so stehen. So nachdem man so... Alter, what the fuck? Hehehe. Wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht Club Buried at the Sea. Kommt jetzt erstmal nicht. Sondern das nächste Projekt wird auf jeden Fall... Ähm, wie gesagt, halt... Wolfenstein The New Order. Weil ich jetzt einfach... Ähm... Weil ich jetzt halt echt einfach nur... Stumpfe Baller-Action ohne viel Story brauche, glaube ich. Da habe ich nämlich auch... Ach so. Ach so. Ach so. Ja, aber du hast es ja schon mal gespielt. Und du hast dir ja bestimmt auch dann schon mal die Story angeguckt. Denke ich doch mal. Storytime. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch die ganze Zeit gerade nur noch auf den Chat. Warte mal, eigentlich müsste ich so sitzen. Ich muss ja ins Bild schauen. Obwohl, eigentlich müsste ich das Bild drehen, damit ich so... Hau in die Tasten, Elen. Oder mach halt Copy and Paste. Hau in die Tasten, Elen, 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 Elen. Gott, wie viel Musik das Ding hatte. Entschuldige. Dann ist der Stream etwas spät dran. Hatte ja rund zwei Minuten Verzögerung. Halt jetzt meinen Mund. Hm. Ja, Bukka hat schon... Das habe ich auch noch gecheckt. Ich weiß nicht, wie viele da mitgearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie viele da mitgearbeitet haben. Meine Schuhe sind schmerzt. Wtf. Emma, Anna. Es ist nicht gestorben, er hatte nie ein Kind. Aber ich dachte, man selbst ist Comstock. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist mein eigenes Design. Es ist mein eigenes Rebellion. Leverbiff wurde in eine andere Realität entführt. Der Booker? Und der Booker nämlich nach seiner Torf zu Comstock. What? Comstock ist Booker aus einer anderen Realität. Ja, ja, das habe ich ja, das habe ich ja gecheckt gehabt, aber ich komme, ich verstehe noch nicht gerade darauf, wie du darauf kommst, dass dein Comstock, ne, komme ich immer noch nicht hinter. Läge ich nicht hinter. Läge vielleicht an der Uhrzeit. Läge ich nicht hinter. Läge. 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 Warte, wie viele Leute da mitgearbeitet haben, das ist ja irre. Frage ist, ist die Realität denn noch die Realität, wenn es mehrere davon gibt? Oder was ist es dann? Nee, absolut nicht, Helene. Nichts ist bei mir klar, tut mir leid. Mach ich nicht. Also, ein bisschen was davon habe ich verstanden, aber ab dem Punkt, als es hieß, ja, Comstock entführt Elisabeth und bringt sie in eine andere Realität, wo Booker nach seiner Taufe Comstock wird. Raveni. Ja, Multiverse Theorie, das ist mir klar, keine Frage, das ist mir klar. Aber ich verstehe sie gerade einfach, glaube ich, nicht mehr. Wer hat denn da das Licht gemacht, die brennt doch leicht aus im Gesicht, das sieht man doch. Alter, jetzt kommen auch die ganzen 2K Leute oder was? Ja. 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 Das hab ich auch verstanden. Aber wahrscheinlich, ich krieg grad die Verknüpfung untereinander über mich hin. Wie gesagt, schreib da, musst du deine Bachelorarbeit drüber erleben. Dann lese ich die. Danke für den Fact. Will the circle be unbroken, by and by, Lord, by and by? There's a better home waiting in the sky, Lord, in the sky. Lass das jetzt noch ausklingen. I'd long alone, and you think of a tearful partingness when they left you here below. Will the circle be unbroken, by and by, Lord, by and by, Lord, by and by? There's a better home waiting in the sky, Lord, in the sky. Ach, und in dieser anderen Realität hat er kein Kind bekommen, als er Comstock geworden ist. Und deswegen ist Comstock in dieser Realität, wo er das Kind bekommen hat und hat das Kind geholt. Und das fand Comstock, äh, fand Drucker aber nicht so geil. Und wollte dann, wenn die Sachen... Auf einmal macht das so langsam Sinn. Will it be, will it be, will it be, will it be? That's it. Do you think that this one should be like, slow down a little bit? Genau, das hat mir grad gefehlt. Das war die Schlüsselinformation. Jetzt hab ich's gerafft. Jetzt hab ich's gerafft. Jetzt hab ich's gerafft. Well, otherwise, it's just like an abrupt ending, right? Alright, well, so, 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 what I want to do... You guys are really, 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 really good. What I want to do is make it 28 worse. I want to, I want to take the tempo down a little bit, if you can. And sort of start by finding, like, Booker. If you could just be sort of like... Langsam, so langsam, glaube ich, habe ich's gecheckt. And then sort of start playing the song. And maybe then, um... You guys kind of find the tempo together a little bit. Um... I wanted to feel... You guys are so... Genau. In der Krippe zu ersticken. Das war halt genau da. Also, als er sich tauchen gelassen hat, war halt... War halt der... War halt sozusagen seine Krippe, da, wo er geboren wurde. Um... He gets Eric Clapton and I get Cheryl Crow. Ne, das stimmt. Jetzt macht's Sinn. Jetzt hab ich's gerafft. Jetzt bin ich zufrieden. Geil. Jonathan. Next, Tina. Hehehe. 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 Und siehst du, von der Zeit her hat's genau gepasst. Denn der Abspann ist vorbei. Ach, da gibt's noch was danach. Ach. Was zum Teufel. Kann ich looten? Anna? Gehen kann ich. Anna. Willst du das? Was'n... Was'n fieses Ding, ey. Was'n fieses Abschlussding gerade, ey. Komm mal hart. Ah, fett. Ah, fett. Hat gebrockt. Gleich nochmal, sagste. Kann weiterspielen. laden. Laden. Alter, the fuck. Wie sind das? Wie sind das? Ich glaube nicht, Elen. Ich glaube, was ich jetzt eher machen werde, ist, ich werde den Stream beenden. Mich wirklich verdammt nochmal sehr bei mir bedanken, dass du die ganze Zeit dabei warst und wir unterstützt hast. Ähm. Werden wir vielleicht noch ein paar YouTube-Videos angucken und dann werde ich ins Bett gehen. wie sich dreiviertel zwei... Ach ja, siehste. Und den Stream werde ich noch hochladen währenddessen. Wie gesagt, nochmal danke, dass du mit mir dabei warst und, äh, wir sehen's dann hoffentlich bei, bei Wolfenstein, The New Order was demnächst im Stream. Okay. War's gut! Tschüssi! Untertitelung. BR 2018